Und da hat sie erzählt, dass sie heiratet und mich gebeten, ob ich vielleicht am Bräuteabend auflegen kann. Ja was? Soll ich's mir den Rest meines Lebens alleine machen, nur weil du mich vor zwei Jahren verlassen hast? Davon ist nicht auszugehen, wenn du alles vögelst, dass bei drei nicht auf den Bäumen ist. Wie bitte? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als deine beste Freundin mir Brühwärm von diesem Snowboardswerk erzählte? Zum Zeitpunkt des Verkehrs war er über 18. Das war nicht mal eine Woche, nachdem wir, nachdem du... Nachdem du dieses Hals am Ausgebobst hast, einen Tag vor unserer Hochzeit. Und das willst du mir jetzt ein Leben lang... Und das willst du mir jetzt ein Leben lang? Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Ich bin im Ruhestand. Unwiderruflich. Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Wieso? Worum geht's? Wir... Wir bekamen eben einen Anruf, kurz bevor wir aus dem Haus gegangen sind. Ja und? Der Anruf kam aus London. Er ist unwiderruflich im Ruhestand. Moment mal, Lies. Also nochmal. Ganz von Anfang an. Wir bekommen einen Anruf. Das Telefon klingelt. Es geht um den Job. Ja. Und die wollen mich? Ja. Das ist ein Widerruf. 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 Bis zum nächsten Mal.